Ich hoffe, es ist wichtig. Ich brauche jemanden, der Rolly von der Schule abholt. Wen? Errol, so heißt dein Neffe. Hey. Hallo. Ich hole Errol ab. Ich bin sein Onkel. Ich habe sie noch nie mit ihm gesehen. Sie könnten ja auch jemand sein, der kleine Jungs entführt, nicht wahr? Warum holt Mama mich nicht ab? Weil sie tot ist. Das ist nicht witzig. Tja, ich bin nur der Chauffeur und kein Comedian. Brauchst du was für die Stimmung? Hier, nimm ruhig einen Schluck. Nein, danke. Ich als dein Onkel befehle es dir. Onkel. Was ist daran so lustig? Wie ist mein zweiter Vorname? Ist es Errol? Du glaubst im Ernst, ich heiße Errol, Errol. Andy, was willst du denn hier? Wir sind nicht mehr zusammen, Andy. Andy, dir fehlt jedes Gefühl für Verantwortung. Du musst mir versprechen, dass du mit mir diese Daddy-Nummer hier durchziehst. Deal. Daddy! Ist das dein Sohn? Komm schon, wir gehen. Aber das Spiel ist noch nicht aus. Okay, ich gebe dir ein Zwanziger. Mein Wein! Aus dem Weg! Der Bursche ist verdammt schwer! Hier. Das Quartier, das kannst du behalten. Das hast du verdient. Wenn du mich das nächste Mal abholst, dann musst du unbedingt vorher dein Auto putzen lassen. Aber du lässt dein Auto nie putzen, oder? Nein. Boa, nein. Bis zum nächsten Mal.